Vor vier Jahren, hier in diesem stillen Wald, hier in dieser gemütlichen Blockhütte, geschah etwas. Etwas so Schreckliches. Etwas so Unvorstellbares. Lasset uns beten, dass es nie wieder geschieht. Tanz der Teufel 2. Der neue Gruselschocker von Sam Reimer. Ich will deine Seele. Tanz der Teufel 2. Jetzt wird noch mehr getanzt. Tanz der Teufel 3. Der neue Gruselschocker von seeds flesh. Oíseller ist ein poOST.